Sind sie ja auch, aber nicht für TikTok. Chinesen mögen nun mal keine Nippel. Da ist noch ein, 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 ein Relic. I'm a Relic Hunter. Ja, aber ich hätte gern, ehrlich gesagt, das da vorher. Da muss ich da hoch, gell? Ja. Ich wäre gern live. Aber schön, dass du dann auf, auf Twitch gewechselt hast. Finde ich gut. Ich brauche Leute auf Twitch. Danke für deinen Luck, Cammy. Da hinten. So, jetzt ist da noch irgendwo ein Relikt angeblich. Da hinten. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das liegt da und ich sehe es nicht. Oh, wie dumm. Yay, ich bin in der Wahrheitssuche drin. Ja, Twitch ist auf jeden Fall besser. Einmal, um mich zu unterstützen. Und, weil hier tatsächlich auch ein bisschen mehr los ist. Bernd, oh, gibt's Bernd das Brot eigentlich noch? Den habe ich früher erst mal tatsächlich gefeiert, den Dude. So, und da hinten kommt jetzt Ebaba der Jagger. Und jetzt wird's dann echt ein bisschen creepy. Hallo, Landini. Mann, Nippel. Mann, ein Nippel. Ich muss jetzt dann kurz mein Bett saugen, weil meine Freundin jetzt dann kommt und die möchte gern ohne Haare im Bett schlafen, hat sie gesagt. Das ist die Bedingung, dass sie bei mir übernachtet, dass ich die Haare wegmache. Ich glaube, das schaffe ich. Was redet der Prof da? Richtige Männer dürfen emotional sein. Darf ich das Lager gar nicht nutzen? Wieso denn? Hallo, was... Meine Haare sind voll schön. Sind ja auch Bubis-Haare dabei. Bernd, das Brot ist auch, äh... Eigentlich voll unheimlich, der Typ. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist halt einfach ein sprechender Kasten. Ist das hier jetzt, wo ich was sammeln soll? Oder ist das hier... Boah, wie weit die einfach springen kann. 780,13, vier Meter. Wo ist sie denn jetzt? Oh Mann! Oh Mann! Gibt's unrichtige... Unrichtig ist kein Wort, Angie. Unrichtige Männer. Ahaha! Das ist es halt. Wenn man ganz viele Männer durchtestet, dann sind die meisten davon kacke. Das ist halt einfach so. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Sag mal! Ich spreche aus Erfahrung. Ich hab auch schon ein paar Kerle abgegrast. Ich glaub, hier kann man nix sammeln, oder? Ich hoff's jetzt einfach mal. Aber das sieht so aus, als könnte... Ach, das ist... Ach, das ist über mir, oder? Da irgendwo in dieser Fabrik drin. Tja, eigentlich heißt das. Eigentlich, gell? Bubi durfte aber schon ins Bett. Da kannte ich die noch gar nicht. Ich glaube, ich hab dein gottloses Tal gefunden. Heißt, Bubi war zuerst da. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal. Bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn du in die Hexe... Helikopter! ... ist meine letzte Chance. Landini, wie geht's dir? Vergessen zu fragen. Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Bord, der große Einwohner hat. Ich war ein fauler... Das freut mich. ... beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, um nur Sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass... Alex schlaf gut. Immer schön die Nippel kreisen. Bis ich sie traf. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber... Hier draußen ist etwas. Na, vorsichtig. Das ist Ihr Land. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, Baba Yaga, die Erweiterung. Aber die ist tatsächlich äußerst cool. Wann dat? Hä? Doch, schon richtig. Moment, wo bin ich jetzt gekommen? Ah ja. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst dachten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war. Doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen. Und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Ähm, halb zwölf oder so um den Drehraum, denke ich. Okay, auf jetzt wird's interessant. Hier, dreht eine Art Fräule umher. Blumen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen. Irgendwas im Stimmberecht. Hier, dreht sich alles. Hier, dreht sich alles. Mir sagen, san premiers. Ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Gehe. Hast du das gesehen? Lara. Dad? Nein, das kann nicht sein. Oh nein, warte. Halt, wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Daddy! Das ist nicht echt. Nicht er. Dad, halt, bitte nicht. Nein, ich muss sofort hier raus. Fuck. Habe ich mich erschrocken, ja. In den Mythen steckt Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein. Was ist denn? Boah, jetzt Aizio ist wirklich mies, Mann. Dann müssen wir die Sputten helfen. Wir haben bis dos. Das ist wegen der Sputten. Ich bin der Sputten. Das ist wegen der Sputten, die Sputten saubern. Das ist wegen der Sputten. Sputten wäre es. Mehr! 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 Oh, mein Gott, I'm gone! Oh Oh Wohohoho! Au! Danke! Aber ich dachte du folgst mir bereits! Höllenhunde! Einfach 18 Liter Wasser aus ihrem Mund! Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Heulen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube ich hab halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert? Es gibt im Tal eine Blume, die Vision für Ursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitung sowjetisch wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforsten der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen. Aber es war das letzte Mal das Großvater zu sehen. Wie kann man denn... ...an Hand von Rohren erkennen, dass das sowjetisch ist? Ich meine, haben die anderes Metall als wir? Oder... Ah! Du! 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 Das war's für heute. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schärften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Uinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Hallo Joschi! Nee, es war schon was los. Aber hier ist gerade Spannung gewesen. Ich mache mich her in der Hoffnung, dass ich Ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich nicke und ficke. Ich nicke und ficke. Ha, ha, ha. 21 Dokumente. Das ist aber viel für so ein kleines Gebiet. Jemand war hier, vor kurzem. Hallo Kathi! Weil wir mächtig sind. Ich habe verstanden. Hoppala. Falscher Knopf. Oh mein Gott. Komm schon, Marty. Komm schon, Marty. Du musst es schon, Marty. Daddy! Du, 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 du. I can suck your dick. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Und ich habe aufgetragen, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich einen Formel gesucht, die könnte ich. Ein Extrakt aus den Samenkapschen der Pflanzen. Die Leber von Tieren. 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 Ich gehe nur kurz kacken. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Ich muss nur meiner Großmutter sein. Die Hektat nicht aufgebracht und jetzt wird die Hektat nicht aufgebracht und jetzt wird die Hektat nicht aufgebracht. Hält es von einem Netz. Kann es nicht. Es ist ein Schwein. Pass auf. Es ist ein Spider-Schwein. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Ja, Moment. Wo soll man denn das ganze Gedönsel sammeln? Das verstehe ich irgendwie nicht. Seltsam. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadias Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen, wie in einem zerbrochenen und schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles mal meine Fantasie war, doch der Schuss fällt noch in meinen Ohren. Dort drinnen geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Ja, deswegen gehe ich jetzt auch noch nicht zurück. Weil, jetzt können wir uns das mal anschauen. Oh nein, ich gehe doch zurück. Ha, wie dumm. Können wir uns das nämlich mal anschauen, ohne dass wir auf Droge sind. Dann ist das nämlich ganz was anderes. Ohne das Gegengift gehe ich nicht nochmal da rein. Ach so. Okay, ich muss doch erst raus. Ohne Momento, muss ich doch raus. Das ist ja auch scheißen Dreck. Aquamaller Pimmelbeert. Da komme ich nicht hin. Pipi. Pipi-Bagina. Yoshi! Yoshi! So, jetzt geht mal... Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich spiele gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Du wirst erwartet... Oh, joi, joi. Klingt erotisch. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Mach ich das? Beschaffen sie Hirschlebern. Ist hier auch zufällig was, was ich sammeln kann? Nee. Ja, kenn ich. Werd auch ständig belästigt. Gar keine Zeit mehr in Ruhe zu streamen. Ja, genau. Ah, 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 Lara. Lara bofft. Da unten ist eine Hölle. Da muss ich hin. Ich gehe into the hole. Bis später. Hä, war ich in der Höhle noch nicht? Wie merkwürdig. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Moment, ich will mich schon in der Höhle umschauen. Die ist ja richtig weit. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich schalte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragung mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Damien, der Baumeister des Propheten. Ich bin in einen alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ja, doch, kann ich. Ständig, ey. Mein Hund, Alter, der will mich dauernd töten. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Gut zu. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Göttlich. Seine Hand gab den... Göttliches Fall. Mehr als menschlich. Da sind nochmal so Blumen. Sehr gut. Reicht's ja, wenn ich Glück hab, muss ich nur zwei Höhlen besuchen. Ah, nee. Balkonpool. Ah, Regen. Regnet's bei dir. Ich glaub, der antike Bogen ist auch der beste Bogen in dem Spiel. An irgendwas kann ich mich da erinnern, dass da mal was... ...dass ich da mal was gelesen hätte. Ich habe gerülpst. Ahahaha. So, wieder eine Höhle. Dem Erdboden gleichgemacht. Das ist auch noch eine Höhle. Da muss ich auch noch hin. Ah, Sonnenlicht. Ah, ja. Irgendwo hinten da ist auch noch eine Höhle. Spring doch. Oh. Hier. Hey, was fummelst du ihm am Arsch rum? Achso, doch nicht. Ich dachte, ich dachte wirklich, die befummeln sich jetzt da. So, komm. Eins. Und noch eins und Gift. Das wäre super. Machen wir gleich. Schauen wir erst mal, ob hier noch ein Blümchen ist. Ja, perfekt. Sehr gut, ist das schon erledigt? Dann brauche ich noch hier schlebern. Und was willst du von mir? Oh, hallo. Hallo? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können. Ich mache Ihnen nichts vor. Es wird gefährlich. Aber die Informationen sind das Risiko wert. Helfen Sie uns? Nein. Gewehrschalldämpfer. Ich warte hier. Okay. Ich bin auf seiner Karte rumgetrampelt. Bestimmt toll gewesen für ihn. Ich schlafe im Sommer nicht draußen. Bei mir gewittert es nämlich sehr viel. Ah, der Monolith. Stimmt, da war ja was. Kann ich den mittlerweile lesen? Mein Russisch ist nicht gut genug und es ist zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Ja. Brauche ich sogar die Karte. Äh. Genau, die Hirsche brauche ich. Ah, Quatsch. Der war mein Maie. Maie. Mayonnaise. Pupersenpanese. Leuchtet der? Cool. Das war ja einfach. Der liegt ja da schon für mich parat. Da liegt noch ein Karte. Oh nein, da. Wui. Ah, wo ist ein Klaaannn? Okay, you bitch.